hallo leute und herzlich willkommen zurück bei so dann gehen wir einfach weiter so gut so Oh. Gut. So. ich habe gerade überlegt ob wir rein also wieder zurück gehen sollen um das einzusetzen denn wir was oh oh ich wollte gerade ausweichen so warum kriegen wir jetzt sehr viele von den dingen also sehr viel ist übertrieben aber das sind schon zwei in so kurzer zeit nach zwei gegnern so ich bin eigentlich ausgewichen eigentlich war ich ausgewichen also wir müssen ja darüber da hoch bevor wir das machen so 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 sehr schön dann machen wir den hier fertig so und jetzt nochmal den typen da hat er kein leben mehr okay kein leben ich meine keine aussage mehr waren wir hier schon ich glaube nicht baumperlen ich frage mich ob es das wirklich gibt baumperlen oder ist da mit der baumwolle gemeint aber baumwolle kommt doch nicht so egal so jetzt kommen wir zu gelb stern oder yellow brown gut geht zuerst hier rüber was haben wir hier schon äh aber verletzen sie sich gegenseitig wow 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 So, ah, ist ein Gut. Okay, äh, ah, verdammt. Okay, ein Zeug auf einmal zu kämpfen ist scheiße. Oh. So. So. So, ein Tod, jetzt können wir uns auf den anderen konzentrieren. So. 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 Komm, komm, komm. So. 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 So, der erste ist weg. So. 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 Okay, da der nächste. So. 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 wenig xp ist es einfach nicht wert warum wäre das jetzt zu ja so ja 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 ah scheiße so kurz mal ah scheiße meine Fokus kommt ok der schwingt aber extrem oft sein scheiß ich glaube ich habe mich verklebt gehabt ich wollte zwei also Wolkenschritt machen und nicht drei und das mit dem H aber gut ah der der Typ ah nein lassen wir die rumliegen so komm her ah oh geil ist das denn bestem butter erhöht den kritische trefferschaden moderat ok 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 sehr schön schlösser so das ist gut wir gehen jetzt wieder nochmal nach oben und diese unreine müssen wir wieder knüppeln perfekt und der fokus geht wieder nach unten oder so so ok ok oh wir sind bald level up deshalb sehen wir den typen da vorne nochmal so so reicht immer noch nicht ganz aber ok gut die zwei großen sind weg wenigstens das wenigstens das wenn da der unreine ist dann wer ist das denn ähm einer dieser blitzschleuder so so dann hätten wir auch das erledigt hat leider nicht ganz gereicht für ein level up hier schon hier schon nochmal hm hier kommt gerade etwas in den sinn und das machen wir erst sobald wir den unreinen besiegt haben dann zuerst einmal heilen dann hier aufnehmen also ich nehme an gelbstern ist da oben wir werden uns aus den unreinen besiegen und dort drüben gab es noch einen abschnitt den wir nicht gehen wollten weil ich dachte das führt dazu dass man hier oben hoch kommt aber hier kommt man ja nicht weiter also so hat man so ein sächchen so ein boot mehr ja was macht der da für scheiß weg hier weg hier ja 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 so eine verschwendung von vier großen titeln gut das ist einmal heilen und dann es gibt gar nicht die volle also die volle gurke die gute und rein so und dann meditieren wir kurz sich schon geil aus und ein punkt mehr sehr schön so zuerst einmal der und nach hier und rein hörten nach dem einsatz von felsenfest die schadensreduktion für kurze zeit moderat wir verwenden felsenfest ja nicht so oft wie sieht wenigstens sein angriff aus ok selbstbestimmung machen wir hier rein man kann die dinge immer wieder rausnehmen also von dem her mal irgendwas besseres finden können wir die darin bottern da wir mittlerweile halbwegs gut ausweichen können ist es also gar nicht mal so schlecht dann wollen wir also noch schnell in diesem bereich gehen den wir die ganze zeit über sehen haben also da drüben genau das ist doch es gibt es nur den hier ja 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 und jetzt machen wir es so wir sind zwei wir haben schon zweimal getrunken wie es scheint wir haben zweimal getrunken dann hätten wir das hier erledigt wir spazieren hier entlang okay so das Out. Out. Hey, ich bin ausgewickelt. Ich bin ausgewickelt. Gut, oh, das wollte ich nicht, aber... Bam. So, endlich. Das haben wir. Das Pferd ist weg. Wir haben hier eigentlich sonst alles erledigt, oder? Ja, das in die Medizin haben wir genommen. Oh. So. Perfekt. Gut. Ich brauche jetzt zu dir da oben. Äh. Sehr schön. Ah, da drüben ist noch was. Ja. Öffnen. Was kriegen wir da Schönes? Keine Ahnung. Okay, jetzt erst einmal machen wir den Typen hier fertig. Gut. Ah, da ist so ein Typ. Uh. So. Nein! Ich habe mich verkriegt gehabt wieder. Das ist immer so bitter. Wir können Bosse nicht one-shotten, aber first try besiegen und dann passiert etwas dämlicheres und wir werden von so einem kleinen Furze niedergestreckt. Don't! Ah! ich hab keinen bock auf den ich hab keinen bock mehr auf den gut und bevor wir weitergehen würde ich sagen das war's für diese Folge, also liebe Leute bis zum nächsten Mal, ciao